Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass eure Bergtouren immer etwas länger sind, als sie eigentlich sein sollten? Heute möchte ich euch ein spannendes Phänomen aus der Tourenplanung zeigen und euch erklären, warum das eigentlich so ist. Das heutige Video kann man vielleicht in die Kategorie unnützes Wissen packen, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so unnütz und uninteressant ist es schon gar nicht. Heute beschäftigen wir uns mit denen hier oder für die Generation TikTok mit denen hier. Es geht um Karten, es geht um Uhren und GPS-Geräte. Ihr verwendet vermutlich fürs Tracken eurer Touren eine Sportuhr oder euer Telefon, aber oftmals kann es sein, dass eure Kartenplanung deutlich kürzer ist als der Track, den ihr angelegt habt. Und das kann bei einer langen Tagesetappe auf einer Weitwanderung auch gern mal ein halber Kilometer oder mehr sein. Aber wieso ist das so? Kurz was Allgemeines. Es gibt in der Kartografie den Begriff der Generalisierung. Der ist recht deutlich definiert und beschrieben, aber für den Laien ist eine knackige Zusammenfassung vermutlich doch geeigneter. Generalisierung umfasst im Prinzip das Zusammenstutzen der Karteninhalte, auch Signaturen genannt, um bei der Veränderung des Kartenmaßstabs immer noch sauber und lesbar darstellbar zu sein. Anders gesagt, was keinen Platz mehr hat oder nicht mehr erkennbar wäre, das wird verändert. Das ist aber jetzt keine wissenschaftlich vollständige Erklärung. Ihr werdet jetzt vielleicht schon eine Idee haben, warum das denn eigentlich wichtig ist zu wissen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal am Beispiel des wilden Pfaffs an. Wir sind jetzt hier in der Alpenverein Aktivkarte und im Hintergrund hinter der Alpenverein Aktivkarte läuft, wie man auch sehen kann, die Outdoor Active Karte. Die haben sozusagen eigene Signaturen für ihre Karten entwickelt und dementsprechend halten wir uns jetzt mal kurz an die. Hier sieht man eigentlich, dass es in einem großen Zickzackband, also das sieht man jetzt eben nicht, sondern das wäre sozusagen die Realität. Hier geht man im Blockgelände immer so ein bisschen hin und her, hin und her, hin und her und dann relativ gerade über dieses Schneefeld drüber. Und dann ziehe ich mich gerade auf den Gipfel zu. Das wurde jetzt hier in der Karte sehr, sehr stark vereinfacht. Das heißt, eigentlich sind die tatsächlich gegangenen Meter sozusagen hier in diesem Bereich sehr viel mehr. Wenn wir aber jetzt einfach das Tourenplanungstool einschalten und hier sozusagen nochmal rüberspringen und einfach diese Strecke hier einmal uns anschauen, dann landen wir eben bei unseren 477 Metern und 112 Höhenmetern. Die Höhenmeter machen eigentlich keinen Unterschied, weil die werden quasi von Punkt zu Punkt einfach die Höhendifferenz berechnet und dementsprechende Ab- und Aufstiege innerhalb dieser Höhenlinien sozusagen nochmal berücksichtigt. Aber bei den Metern ist das natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt hier sozusagen im Zickzack immer wieder hoch und runter steige oder ob ich letztlich einfach dieser geraden Linie folgen kann, die es aber so eigentlich in der Realität nicht gibt. Und damit man, wenn man eben rauszoomt, trotzdem immer noch einen relativ guten Überblick hat, nimmt man sich eben diese Generalisierung als vereinfachendes Mittel her, damit man hier sozusagen dann nicht einfach einen großen Klotz hat, weil wenn man hier sozusagen ganz viele kleine Kurven einbauen würde, dann hätten wir eben jetzt hier so einen fetten Punkt, wenn wir sozusagen rauszoomen und deswegen nimmt man sich dann eben diese Vereinfachungen, also Generalisierungen letztlich zur Hilfe. Und jetzt schauen wir uns noch kurz die Karte an. Wenn ihr euch jetzt hier auf dieser Papierkarte von Freitag und Bernd im Maßstab 1 zu 50.000 mal anschaut, wie dieser Weg hier verläuft und für den einen oder anderen, der vielleicht diesen Weg auch in echt kennt über das Kakte auf den Hochschwab, der wird relativ leicht erkennen, das kann so nicht ganz stimmen. Grundsätzlich ist die Karte natürlich nicht falsch, aber sie vereinfacht die Dinge, weil wir in einem Maßstab von 1 zu 50.000 natürlich das ein oder andere Detail hier auslassen müssen, weil es sich ja gar nicht anders darstellen ließe. Wir müssen ja irgendwie erkennen, ob das jetzt hier eine Kurve hat oder nicht und wenn wir alle Kurven zusammenstauchen würden, dann würde das so punktförmige, ekelhafte Formen ergeben, die dann auch missinterpretiert werden könnten. Deswegen entschließt man sich letztlich dazu, hier gerade Striche durchzuziehen, obwohl es sich hier um einen kurvigen Weg handelt. Auch hier oben, so eine steile Kurve, so eine steile Linkskurve, ist jetzt hier im Maßstab 1 zu 50.000 eingezeichnet. Im Maßstab 1 zu 100.000 auf der gleichen Karte oder 1 zu 75.000 würde man das schon nicht mehr erkennen können. Bei 1 zu 25.000 hingegen könnten wir vielleicht hier in der Passage, in der nochmal ein, zwei größere Kurven drin sind, ebenfalls noch erkennen. Dennoch würde man niemals die gesamten Serpentinen, die sich hier hochschlängeln, ansatzweise so darstellen können. Das ist natürlich der Vorteil in dem Fall von der Outdoor-Active-Karte, denn die, wenn wir weiter reinzoomen, hat auch einen höheren Detailgrad als die Papierkarte. Dennoch ist es natürlich, wie wir vorhin auch gesehen haben, schon so, dass auch die Outdoor-Active-Karten in gewisser Weise an manchen Punkten generalisiert werden müssen, egal wie weit man reinzoomt, da der Detailgrad sonst nicht überall gleichermaßen darstellbar wäre. Das heißt, wir haben hier auf den Karten definitiv eine Vereinfachung und wenn wir hier jetzt sozusagen einen Faden anlegen würden und diesen dann abmessen würden und im entsprechenden Maßstab dann berechnen würden, wie weit sozusagen wir gehen müssten, wie viel Distanz wir letztlich bis zum Gipfel des Hochschlubs beispielsweise zurückzulegen haben, dann würden wir definitiv auf ein sehr, sehr viel kürzeres Ergebnis kommen, als wenn wir beispielsweise einen direkten Track anlegen und sozusagen selbst diese Strecke gehen und dann eben vergleichen. Egal, wie präzise wir das hier letztlich anlegen, weil jede Kurve braucht vielleicht nochmal 10 Meter. Wenn wir 100 Kurven haben, dann sind wir da schon bei einer Länge von einem Kilometer zusätzlich und das nur auf dieser Strecke beispielsweise. Aber wie ist das jetzt eigentlich mit den Online-Karten? Die können ja immer alles und sind das Beste und sowieso und überhaupt geht doch eh jeder nur noch der App hinterher. Ja, letzteres, das stimmt definitiv. Aber schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel von der Outdoor-Active-Karte an. Outdoor-Active bietet die Möglichkeit der Tourenplanung und da hält sich die Tourenplanung an die eingezeichneten Linien in der Karte selbst. Geht man davon aus, dass die eingezeichneten Wege nicht generalisiert wurden, dann stimmen die Meter und auch Höhenmeter mit den eigenen Schritten überein. Nutzt man Karten, egal ob online oder offline, ohne diese Tourenplanungsfunktionen, wird es aber deutlich schwieriger. Denn je nachdem, wie wir den Kartenausschnitt wählen, zeigt Outdoor-Active zwecks der Generalisierung weniger Informationen an. Trotzdem ist sie damit noch eine der besten Karten. Die AV-Karten beispielsweise verändern sich bei Maßstabsänderungen gar nicht. Sie sind schlichtweg digitalisierte Karten, die man so auch auf Papier kriegen würde. Und jetzt gibt es noch eine Prämisse, die eigentlich nicht ganz richtig ist. Wir gehen ja davon aus, dass die Online-Karten vollständig, also nicht generalisiert sind. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Selbst der König der topografischen Online-Wanderkarten, die Outdoor-Active-Map, generalisiert. Muss sie ja auch. Sie nutzt nur die digitalen Möglichkeiten, um bei kleinerem Maßstab das so gering wie möglich scheinen zu lassen. Grundsätzlich ist es also komplett wurscht, ob ihr eine Papierkarte oder eine Online-Karte nutzt, denn eure Berechnungen zu Weg und Zeit entsprechen zwar bestmöglich der Realität, sind aber letztlich dennoch nur eine Abbildung der Realität mit gewissen Einschränkungen. Gut, jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, sind denn Karten per se dann eigentlich falsch und nutzlos und sollten wir uns nur noch auf Online-Tools verlassen und auch vor allen Dingen auf die Tourenplanung dieser Online-Tools. Wie gesagt, natürlich generalisieren auch Online-Karten. Und wenn sich die Tourenplaner innerhalb dieser Tools letztlich auf generalisierte Karten stützen, dann bedeutet das im Endeffekt nichts anderes, als dass ihr auch bei der Tourenplanung definitiv leichte Abweichungen von dem, was eure Uhr oder euer Handy sagen, letztlich haben werdet. Die wichtigste Information, die ihr letztlich einfach nur immer braucht, ist, dass ihr im Hintergrund behaltet, dass es solche Abweichungen eben gibt und dass eure Uhr und euer Telefon nicht unbedingt ungenau sind. Ein kleiner Punkt zum Abschluss noch zum Thema Tourenbeschreibungen im Internet. Oftmals, zum Beispiel in meinem Amberg-Magazin, gebe ich euch auch Tourentipps. Und da gebe ich natürlich auch die Distanz und die Höhenmeter an, so wie das eben in ganz vielen Büchern und online eben zu finden ist. Ganz wichtig ist bei solchen Dingen, dass man nicht genau weiß, ob sie auf Basis eines GPS-Tracks gemacht wurden, ob sie wirklich per Hand nachgemessen wurden, die Touren, oder ob sie einfach nur mit einem Online-Planungstool erstellt wurden. Das können wir in der Regel nicht nachvollziehen. Deshalb ist es umso wichtiger, bei diesem Punkt dann auch kritisch zu bleiben und zu schauen, ob das wirklich stimmen kann. Und wenn ihr bei eurem eigenen Tourenplanungstool beispielsweise herausfindet, okay, das ist eine Strecke, die ist nochmal 10% länger oder vielleicht auch 10% kürzer, dann solltet ihr eben diese Abweichung mit einberechnen und in eure Tourenplanung mit einbeziehen. Wie gesagt, bei einer langen Weitwanderung kann das gut und gerne mal schon ein Kilometer ausmachen. Und das sollte man dann einfach eben wissen. Wirklich gefährlich wird es bei den generalisierten Karten nicht unbedingt. Sie stellen in der Regel gerade die topografischen Wanderkarten alles Wichtige dar, was ihr wissen müsst. Und Fehler sind bei topografischen Wanderkarten heutzutage relativ selten geworden, gerade bei den wirklich gut markierten und oft begangenen Wegen. Und trotzdem darf man aber nicht vergessen, dass Karten eigentlich nie für diese exakte, detaillierte Orientierung, wie sie in Tourenplanern heute genutzt werden, ausgelegt waren. Dafür wurden Karten nie entwickelt, wurden aber letztlich genau dafür dann irgendwie zweckentfremdet und sind irgendwie zum heutigen Stand, zu diesem Tool geworden, das eben so jetzt verwendet wird. Obwohl das eigentlich ja gar nicht der Hintergedanke einer Karte ist und damit auch entsprechendes Fehlerpotenzial hat. Ich habe nur das Gefühl, dass viele darüber nicht ganz Bescheid wissen. In diesem Sinne, ihr wisst es jetzt. Und wenn euch dieser Tipp oder dieser Inhalt oder dieses unnütze Wissen gefallen hat oder geholfen hat, dann gerne einen Daumen hoch auf dieses Video geben. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.